Ja, das gibt's ja nicht. Aber jetzt müssen wir ansagen. Meine sehr verehrten Damen und Herren. Ja, also ich fang an. Ich sag dann, guten Abend, meine Damen und Herren. Jetzt kommt für Sie... Das hab ich doch gerade schon gesagt. ...der Gastgeber. Das sind doch mir jetzt in dem Fall. Nein, Andy Borg wird für Sie jetzt singen. Wirklich? Aus seiner neuen CD, die ist brandneu. Evergreens, wunderbare Lieder sind drauf. Wir haben die schon daheim dauernd laufen. Und Sie hören jetzt ein Lied. Roy Orbison hat's geschrieben. Paola hat's gesungen. Und mit Andy Borg wird es wohl erklingen. Und zwar heißt... Blue Bayou! Der Weg, den ich auf den Gedanken geh, führt am Fluss entlang zum See. Und zu dir, denn dort wartest du am Blue Bayou. Unter Bäumen liegt ein Haus. Es sieht wie im Märchen aus. Darin wohnen die Liebe und du am Blue Bayou. Ich fang noch einmal an. Irgendwann am Blue Bayou. Lass die Welt bei dir einfach hinter mir am Blue Bayou. Bei dir lernte ich jeden neuen Tag, wie ein Geschenk zu sehen. Ich fuhr wieder nach Haus und seitdem blieb die Zeit für mich stehen. Einmal sagtest du, bleib doch hier, weil ich dich sonst sicher verliere. Ich bin weit und bald vergisst du den Blue Bayou. Damals fehlte mir der Mut. Damals fehlte mir der Mut. Ich sagte mir, das geht nicht gut. Aber heute träume ich immer zu vom Blue Bayou. Ich fang noch einmal an. Irgendwann am Blue Bayou. Lass die Welt bei dir einfach hinter mir am Blue Bayou. Bei dir lernte ich jeden neuen Tag, wie ein Geschenk zu sehen. Ich fuhr wieder nach Haus und seitdem blieb die Zeit für mich stehen. Und heute träume ich nur immer zu vom Blue Bayou. Und heute träume ich nur immer zu vom Blue Bayou. Wunderschöne Atmosphäre mit den Händen, mit dem Mitteln.